Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freakisch! Heute feiern wir den Geburtstag eines Mannes, der ganz klein angefangen hat und sehr Großes erreicht hat. So lebt er ein Luxusleben mit den schönsten Frauen und mit Megastars und seine Party wollen wir auf keinen Fall verpassen. Los geht's! Wenn keiner weiß, wie man Partys feiert, dann ist das Momo, Besitzer des Zürcher Clubs Flamingo und Geburtstagskind des heutigen Abends. Oh, some people wanna kill their sorrows, some people wanna fit in with the popular, that was my problem, I was in the dumps. Heute Abend! Sie ist super, ist der Geburtstag von Momo. Wie bekannt, er macht super Partys und heute ist einfach eine super Stimmung. Alle Leute tanzen, feiern, ist einfach super. Happy Birthday, Momo! Happy Birthday! Das Flamingo gehört zu den heißesten Latin-Hip-Hop- und R'n'B-Clubs der Stadt und begeistert tausende Besucher mit genialen Live-Acts und DJs. Und so kommt es, dass unser pinkes Mike zum pinken Vogel, welcher den Club auszeichnet, findet. Es gibt viele Gründe zu feiern und wir zeigen euch, wo ihr die Party machen könnt. Nämlich bei unserem Party-Teams-Präsidenten bei USGA.com.de Kunterbunte Zirkuszeit gepaart mit artistischem Allerlei sowie Musik, Tanz und Trunk für jedermann. Erneut wird ein Fest erwartet, das nicht nur für zünftige Exzesse bekannt ist. Matohalt! Am Samstag, 16. April wird im Alleszu die legendäre Playroom-Party gefeiert. Was sich wohl hinter den Türen des Clubs abspielt? Sei dabei und finde es heraus! Am 16. April zieht es das Label Abflug Berlin ins Schlaflos in Aarau. Durch Channel X und Ill's Noise werdet ihr garantiert in Ekstase geschleudert. Durch Channel X und Ill's Noise werdet ihr garantiert in Ekstase geschleudert. Am gleichen Samstag werden die begnadeten Martinez-Brüder den Pessinaclub Vanilla zum Schmelzen bringen. Freut euch auf die zwei Amerikaner und seid dabei! Am 30. April treten im Hallenstadion Zürich zum ersten Mal zwölf der weltbesten Urban Dance Crews gegeneinander an. Bewertet von einer Jury und unterstützt von weltbekannten DJs treiben sich die Crews gegenseitig zu Höchstleistungen an. Die einmalige Gelegenheit mit zwei absoluten Profis seine Danze-Technik zu verbessern, bietet sich am Samstag, 30. April in der Markhalle. Le Twins arbeiteten bereits mit Beyoncé, Jay-Z oder Timberland zusammen. Move your body! How is the party tonight? Awesome, yeah, mastercard. Hold on, hold on, hold on. You drive me crazy. Drive me crazy. Number one, bitch, you can't replace me. Can't replace you. Leader Clyde is always me trying to chase me. Why you play? You got an asshole that let's make a baby. And another one. Damn, I'm smokin' weed in my Mercedes. Water car. Hold on, these niggas broke these niggas lazy. Wir waren diese Woche an der Tattoo-Messe. Und jetzt kommen wir zu unserem Beitrag, der richtig unter die Haut geht. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wir sind heute an der Tattoo-Convention mit Skinwork und schauen, was hier so abgeht. Und wer weiß, vielleicht lasse ich mich irgendwo auch noch stechen. Mehrere Tattoo-Artists durften während eines Contests ihre Werke vorstellen und so ihre Konkurrenten ausstechen. Wir haben heute den ersten Preis gewonnen, dank Skinwork und für die Kategorie Black & Grey. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es hat sich gelohnt. Wir haben über 30 Stunden investiert in das Tattoo. Vielmal gelitten haben wir, ich mit meinem Tätowierer. Und ja, es ist schön. Es ist einfach schön. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gewinnen. Erster Platz von 80 Künstlern. Das ist wirklich toll. Coole Erfahrung. Also das ist jetzt das Kunstwerk, das können wir jetzt mal schnell begutachten. Man sieht, es ist recht frisch. Wie lange warst du daran? Über fast 30 Stunden, ja. Also etwa fünf Sitzungen, fünf Stunden, manchmal ein bisschen länger, ja. So, I'm beside the winner of this night. How are you? Fine, thank you. How is this feeling when you make art of a body and this is forever? This is a feeling basically that it's not a good idea. It's not easy to explain, because the professional tattoo artist knows that it's very important, what he does to the body of the customer, of another person. So it's a very strong feeling. Especially when you do something and this piece of art that you do win a prize, it's extra, extra feeling. Du bist schon seit mehreren Jahren als Tattoo-Model unterwegs? Ja, schon länger. Wie lange ist es? Etwa 20 Jahre. Mein erstes Tattoo war zwar nicht das typische Arschgewein, aber auf der Seite, ich kann es euch zeigen. Also dazu habe ich gerne gehobert, aber... In der Hinterkategorie Color. Wo hast du noch Platz? Ich habe ein bisschen noch im Rücken Platz, Innenschenkel und ein bisschen Bauch, genau. Okay, da geht noch was. Jetzt ich auch noch. Und wie ist es mit den Männern? Muss dein Mann auch voll Tattoo-Wirt sein? Ja. Ja. Das andere findest du nicht mehr attraktiv? Nein, ich finde es attraktiv, aber mir fehlt etwas. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte nicht mit einem Mann zusammen sein, der keine Tattoos hat. Und welche Tattoos hast du bei Skinwork stechen lassen? Etwa die Hälfte ist von Skinwork, weil ich gehe gerne dorthin. Die haben super Artisten, sind sehr, sehr freundlich und die haben eine gute, also wirklich Ahnung. Und wenn Gäste-Tätowierer kommen, melden sie sich bei mir, weil sie wissen, dass ich gerne verschiedene Tätowierungen habe. Und da bin ich ein guter Ahn bei Skinwork. Du bist ja für Skinwork tätig. Was ist dein Message heute? Oder das von Skinwork? Genau. Unsere Message ist einfach unser Lifestyle. Unser Lifestyle, den Leuten näher zu bringen und zu zeigen, was wir können und dass sie zu uns kommen sollen. Was gehört alles zu diesem Lifestyle? Natürlich Tattoos. Aber vor allem finde ich wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, dass es eine Entscheidung ist fürs Leben. Und das ist so unser Lifestyle. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir so aussehen, dass wir uns diese Schmerzen zufügen und dass es für unser Leben ist. Und das Lasern ist noch schmerzhafter? Ja, ungefähr dreimal schmerzhafter. Darum immer gut überlegen. Immer mit Köpfchen. Genau. Nicht spontan. Nein, immer Köpfchen. Oh, you may come on, so why you showin' up? Why you showin' up? I'm takin' them shots on my niggas, they load it up. Yeah, they load it up. No, man, I don't know all these healthy, I can't throw material. Hold up, man, did you see her interior? Yeah! Oh, we the boys. We the boys. Hold up, we the boys. Hold up, hold up, hold up, we make a noise. Hold up, damn. We're here in Flamingo und natürlich gibt es die passende Musik zur Geburtstagsparty. Aber bei uns gibt es jetzt keine Geburtstagsmusik, sondern unseren Soundtrack von dieser Woche. Chris Webby, Hashtag Feel The Burn, Free Worse. Hip-Hop-Fans ist sein Name bekannt. Chris Webby, der 27-jährige Rapper aus den USA, präsentiert seinen neuen Track Feel The Burn. Es ist eine Hammer-Party-Holte, Momos, P-Day. Happy Birthday, Momo! Hier habe ich jetzt noch ein gemütliches Äckchen gefunden. Und wenn wir gleich mal gemütlich sind, gehen wir doch gleich mal zu unserem Kino-Tipp. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Kino-Tipp. Eine Geschichte, die uns schon bekannt ist. Der süße kleine Mowgli findet wieder zu seinen Freunden. Nach einem Zwischenfall wird er von seiner Familie getrennt und ist nun alleine im indischen Dschungel unterwegs. Doch die Wolfsmutter Ratschka zieht den Kleinen als eines ihrer eigenen auf und bietet ihm Zuflucht. Doch der Tiger-Shir Khan hat es auf ihn abgesehen. Dieser möchte alle menschlichen Bedrohungen vernichten, um so die Gesetze des Dschungels zu wahren. Mowgli verlässt die Wolfsfamilie und stürzt sich in ein Abenteuer voller Gefahren und freundschaftlichen Höhenflüge. Ja, Momo weiß, wie man ne fette Party schmeißt, aber es ist schon früh am Morgen und ich muss mich auf den Weg machen, denn ich mach wieder mal schlaff, während die anderen noch feiern. Aber kein Problem, es gibt wieder mal Freakish-Partys und ich freu mich, wenn ich euch dann begrüßen kann auf MTV. Tschüss zusammen! Tschüss! 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 Tschüss!